Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir sind hier am Brückenbau, am großen Brückenbau, also sehr große Brücke. Okay, ich höre das Kleid direkt von hier. So, 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 so. Na, es geht ganz gut, es geht ganz gut. So, jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. So schön, hat gepasst. Jetzt von oben das noch drauf und dann wieder von der Seite. Dann hätten wir das schon, dann können wir eigentlich schon die Rundungen machen oben. Halt. War ich zu hoch? Haut alles hin? Ja, haut hin. Okay. Hops. Das ist ja der Seite manchmal. So. So, nein. Das ist ja der Seite. Wie ist das? Den letzten wieder. Komm, nein. Warte, warte. So. Oh, das war so. Das ist schlimm. So. Ähm, nein. Das war falsch. Erde. Äh, Erde. Nein, ganz schön. So, Holz. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade noch so. So ein bisschen, äh, ein kleines bisschen. So. Ich finde das so, wie wir das jetzt aber gemacht haben, muss ich sagen, ganz gut, dass ich, ähm, die Rundungen machen kann. So. So, ich finde, über Montag nehme ich eigentlich auf. Montags früh, bei Zeiten. Näm' ich über Minecraft auf. Und ja, was ich halt in der Woche dann dazwischen immer mache. In Minecraft, ich bin ja hier immer der Welt zugange. Baue hier irgendwas, breite irgendwas vor. Das zeige ich euch immer an Montag, in der allerersten Folge. In der Aufnahme-Session, ne? mit dem Zeitraffer. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn sie das so gemacht haben. Finde ich gut. Das Wasser ist auch so eine Terechorie für sich gerade. So, nicht. Vielleicht so. Also jetzt so, dann immer ins frei. Ach, jetzt lege ich mal hier raus. So hier. So, ins frei, hier wieder. Zack, zack. Okay. Ins frei, das heißt hier wieder. Zack. Ins frei, hier wieder. Vor allem, was ich gut finde, was das cooler Effekt ist, wenn ich solche Bahndämmel baue. Ne, also, wenn das so eine gerade Ebene ist und ich komme mit der Schiene auch pro Blicke oben drüber, dann mache ich so einen Bahndamm, ne, wo die Schiene oben drauf liegt. Und, was ich da echt gut finde, die Zweier sind hier. Und das geht auch gut auf. Ähm, weil ich gut finde, wenn ich unten drunter halt, ich beleuchte den Raum unten drunter natürlich aus. Zwecks Monster, ganz klar. Ähm. Da ist dann immer oben, dass man immer so richtig leuchten muss. Das sieht man nachts durch. Und die Schiene dann immer so indirekt von unten beleuchtet. Finde ich ganz gut, dass das so dieser Effekt da ist. Gefällt mir. So, so, so. Und so. So. Gut, das Licht hätten wir auch noch gleich gesetzt. Da brauchen wir hier unten eigentlich jetzt nicht mehr drunter. Das hätten wir hier unten eigentlich jetzt. So weit, so gut. Jetzt brauchen wir anderes Holz und dann bauen wir die Schwingen. Also, ne, die Böge. Das kann erstmal jetzt weg. Das kann auch erstmal weg. Ich würd sagen, wir nehmen... Na, was nehmen wir denn das? Das ist nicht gleich zu extrem helle, würde ich sagen. So. Aus Blöcken oder aus Slabs. Aus Blöcken sieht vielleicht ein bisschen massiver aus, ne? Aus Blöcken sieht bestimmt ein bisschen massiver aus. Aber vielleicht nicht schlecht, das aus Blöcken zu machen. So, hier geht's los. Weiß nicht. Da haben wir dann vielleicht das Problem, dass manche ne connecten können. Das ist nicht so gut. Dann machen wir das lieber... ...direkt mit Blöcken. Das ist besser. Hup. Watt, du Ohner. Komm her. So. Okay, 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 okay. Wir sind natürlich... ...so ein bisschen eingebettet. Wie kann man das machen? Wie können wir das so optisch machen, dass die so wie... ...ein von... ...n... 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 ...so. Vielleicht können wir das so machen. Hier ist der jetzt drin. Und jetzt mal das so bissl... ...kleiden. Können wir mal machen. Jetzt legt der hier wieder weg. Und hier auch noch. So. 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 Halt. Ähm. Mist. Hilfe. Ich gehe hier hoch. So. 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 Ich sage, wir gehen erst mal zweimal um ein Block. 2 jetzt ein zweier block noch ein zweier block 3 3 jetzt gleich mal das erst mal an auf der anderen seite also zwei 1 22 23 wir müssen noch etwas futter ich habe aber vorgesucht ich habe ich habe uns bürger gemacht ich bin ja richtig schlimm erstmals das Brütschen so jetzt wurde mir das hier na noch einmal ich fühle mich nur in dem langen Pferd da würde ich weggehen den Hühnchen wenn ich du wär ok ok das geht hier wird man oben machen das ist eigentlich egal hier hinten hier sieht man es auch so und hier sieht man es hier irgendwo sieht alles gut aus ok die andere seite hahaha ok bei der anderen seite machen wir das dann so das geht dann direkt ins gestein obwohl warum das wäre hier das wäre genau hier das passt dann können wir hier davor noch einsetzen ok ok so gehen wir kurz schlafen so hauen wir uns hin gut dann geht es mal rüber wieder ich habe das vorne dran gemacht ja ne so hier eins eins zwei zwei jetzt haben wir drei nochmal drei jetzt ein vierer jetzt ein vierer vier okay haben wir jetzt noch ein vierer ein drei drei vier eins zwei zwei noch ein zweier um rein ich weiß nicht ob das halt die rundung schön hinkriegt dann ich habe jetzt noch ein zweier ich habe jetzt noch ein zweier dort oben ran den habe ich gelassen mal gucken zwei an zwei schon laut hier am Wasser. Gebe ich zu. Können wir denn mal ein bisschen gucken, wie wir unten. Als wäre er passt so gar nicht. Noch ein Vierer. Vier. Hier wäre jetzt der Zweier von da drüben. Drei. Vielleicht ein Dreier. Noch ein Vierer machen. Irgendwie gut. Okay, ein Dreier. Wir machen jetzt hier. Drei. Vier. Und aus dem Zweier noch ein Dreier. Dann passt das von der Seite auch schon. Eins, zwei, drei, vier. Halt, das müsste hier noch wegkommen jetzt, theoretisch. Drei, eins, zwei, drei, zwei, zwei, eins, eins, eins. Okay, schauen wir mal. Haut das so hin. Hier ist die Mitte. Die goldene Mitte. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Können wir auch machen, ne? Okay, natürlich noch mit Treppen. Mit Treppen können wir das ja nicht noch viel verkleiden. Eher an dem dort, wo es geht und wo es nicht geht. Hier drüben müssen wir das auch noch jetzt machen. Achso, ja, in der Mitte, das können wir eigentlich jetzt auch wegnehmen. Hier haben wir das aus Holz nur hoch, das passt ja. So. Dann können wir auch die Schienen drauflegen. Und wenn wir das geschafft haben, müssen wir auch zurück laufen. Wahrscheinlich, weil wir haben keine Kohle mehr für die Lok. Ist ein bisschen tof. Ohne Kohle nix los, ne? Das kennt man ja auch. Zack, 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 zack. Äh, toll. eine richtig schöne holzbrücke die grundkonstruktion der brücke sehr gut 1 ok mal gucken ob ich das noch hinkriege 1 2 2 2 nein jetzt 2 x 3 schon jetzt müssen wir unter 4 sein 1 2 3 4 1 2 3 4 3 ok 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 6 weiß nicht vielleicht durch Slaps oder durch... die kann man nicht durch Slaps ersetzen, oder? Ah ne, ich würde die durch Treppen ersetzen. Machen wir dann Treppen noch draus. Da können wir die noch ersetzen. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus schon. Also ich finde das schon ganz schön. So eins, eins. Zwei. Jetzt bin ich zu aufgehüpft. Ok, jetzt kommt die 3. Eins, zwei, drei. Noch mal. Zwei, drei. Zwei, drei, vier, genau. Noch mal eine. Eins, zwei, drei, vier, vier. So 3er. Zwei, drei. Perfekt. Haut hin. Ging perfekt auf. Sehr schön. So. Gut, jetzt können wir noch ein paar Treppen machen. Und natürlich brauchen wir viele, 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 viele Zäune. Erst mal ein paar Treppen. So. Na, das wird reichen, denke ich. Oh, ich stopp. Mal gucken, ob's reicht. So. So. Und von hier? Mal sehen. Ja, wie zer ist. Okay, so Hm, sieht ein bisschen geschwungener aus da durch Zack und zack Und unten So, 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 so So, so, so So, Mist Jetzt hab ich mich ganz nach unten Habe ich überall eine Treppe dran? Ja, ne, ist überall eine dran, oder? Das sieht gut aus Okay, jetzt brauchen wir bloß noch die Bahn nach unten So, so Nehmen wir mit Kopf und Tops, oder machen wir das so? Ich würd's gern gleich so machen Also mit ganz normalen, wie früher Ne, einfach mal so hin Wie gehen die so? Ah, okay 40 würde nicht reichen 60 könnten reichen Nein, ich auch nicht Das wird sich zeigen Ähm, kann ich da Tropfen tun? Im besten gleich Ne, jetzt wird er den Ich geh' zu versuchen Zack Gut, das wird ne Friemelarbeit Ich seh' das schon Das wird ne Friemelarbeit Aber Das sieht gut aus Komme ich da überhaupt jetzt hoch? Komm ich gut Huch Na, so ist es gut hier So ist es gut Jetzt Jetzt haben wir schon das Problem Jetzt komme ich ja schon nicht mehr hin Ich werde mal So in die Erde drauf sitzen Soll ich ja wieder hinkommen? Ja So Wir gehen kurz schlafen nochmal Oh, mit der Lok so Ne, das war ne Kleinen Screenshot gemacht Sieht echt schön aus So Nein, genau Das wollte ich vermeiden Komme ich da hoch? Zack Zack Das kann weg So Ich mach lieber noch eins hoch Okay, so Zack Zack Irgendwie werden wir Viele Zäune brauchen Hier ist ein bisschen Hier ist das Verstärkt Ne Hier ist das Zentrum Hier wird's gehalten Die Brücke Ne, ein bisschen stärker Als natürlich hier Ja, der Bogen am meisten Belastung zu tragen Weil ich in die Lok drüber fährt Das ist ganz cool Das ist ganz cool Okay Zaun Viel Zaun Mehr, das tut besser Das waren gerade sechs Stück Das waren gerade mal die Hälfte Oh Gott Da kann man eigentlich denken Hier gleich komplett uncraften So Zack 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 Ich hab's mir überlegt Ob ich dann neue Creatures wieder reinmache Das reizt mich jetzt öfters, muss ich sagen Das ist komisch, das fehlt irgendwie noch ein Tier oder so Okay, die sollten wir eine Weile reichen Die sollten ein Stück reichen Zack Zack Ja, und dann würde ich in der Aufnahmesession heute auch gerne noch Wenn wir die Brücke dann endlich fertig haben Ein bisschen unser Dörfchen Die ganzen Deko und alles machen In den Gebäuden drin natürlich Betten Herd Sitzmöglichkeiten Alles so Das würde ich jetzt gerne Hau das jetzt hin Der dritte, der muss wieder auf der Spitze sein Ist auch so Okay, perfekt Hier haut's auch hin Komm her So So Sack Gut, haben wir die eine Seite schon fertig Ich kann sehen, wie's aussieht Warte mal Ne, ne, wir gucken noch nicht Ich will nicht gucken Ich will nicht gucken, wir gucken erst, wenn es fertig ist Nicht gucken Ach man, ich will nicht gucken Geh weg Nicht gucken, nicht gucken Wir gucken erst, wenn es komplett fertig ist Dann gehen wir ein Stück schon weg und gucken Ich bin gespannt, wie's aussieht Hier kann ich noch hüpfen, okay Aber schon hier wird's nicht mehr gehen, ne Ach doch, hier geht's nicht Ja, hier geht's schon nicht mehr Okay Okay, die Bruder ist okay Den können wir uns gleich holen Ah Mist Schon wieder Äh, kann ich da Kriege ich, müsste ich kriegen von hier unten, ne Hier Oder? Ja, gut Ja, gut Mal verweck mal hier so Reicht jetzt eh nicht, wir brauchen noch mehr Krass, okay, wir brauchen viel, viel, viel mehr Na, Hundi Maus Gleich, Hundi sitzt gerade hinter mir Und schnauft mich an Du, 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 du Sollte reichen So Zack, zack und zack, wir haben es gleich geschafft, Leute, wir haben es gleich, kann ich, nee, gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. So, ich glaube es noch reicht, aha, komm, echt jetzt, wegen zwei Stück, zwei Stück, uh, ja, super, perfekt, nee, sind die Stoff sind zwei, ja, geschafft, gleich geschafft, aber wir könnten hier oben noch, äh, warte mal, ein paar brauchen wir doch noch, wir könnten nämlich hier oben noch eine Querverstrebung reinmachen, so ein paar wären vielleicht noch ganz gut, ich mach mal, nochmal so, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, ich mach mal ein paar, so, Frage ist halt, wo, ähm, hier, von da nach da, nach hier so, okay, weh, genau, verdammt, wir fuhren mal einen Böber, auf den Sprung, wir dürfen uns jetzt um den Böber zu 2, zu 2, okay, warte mal, wir machen erst mal, eine Basis zum Arbeiten, das war der Fehler, das war der Fehler, wir haben keine Basis zum Arbeiten, so, okay, jetzt fahren wir sie, so, 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 so Sehr schön. Okay, warte. So. 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 Etwa das fertig. Juhu. Brücke ist fertig. Sehr schön. Achso. So. Wo gehen wir jetzt mal hin? Wo gucken wir uns das mal ein? Da drüben, da unten im Wasser können wir uns reinkommen. So. 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 und und jetzt haben wir es auch nicht das war jetzt ist es dunkel jetzt muss man uns angucken wir könnten nur noch oben also in den Böden ich möchte auch noch ein Licht reinbringen oh ja schön 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 doch sehr schön das sieht gut aus das sieht wirklich gut aus die Erde muss man jetzt nicht mehr wiederholen der Tauchgang für das bisschen Erde muss es nicht sein so noch das hier halt 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 so äh ne ich soll das lieber von der Seite machen dass wir hier wieder was bekommen so kurz nicht aufgepasst so gut dann würde ich sagen war es das erstmal für die Folge wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder ich mache also zum Tag und ich gehe mal kurz in die Hülle gucken also bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis Heim attach